Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von FIFA 14 Bundesliga Prognosen. Heute spielt der VfL Bochum 1848 gegen Greuther Fürth. Und ja, das ist jetzt das erste Video. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier ankommen wird. Spielkommentar übernehme ich. Buschmann und Manni Bröckmann, die sind leider fürs Radio heute unterwegs und deswegen muss ich das heute übernehmen. Ja, hier sehen wir einen Spieler von Greuther Fürth, von dem ich gerade den Namen gar nicht weiß. Und da sehen wir die Bochumer Spiegelung. Hier der Hesel, Torwart von Greuther Fürth. Und nun müssen wir eigentlich gleich die... Ah, erstmal hier die Platzwahl. Andreas Lute und Hesel auf der anderen Seite. Beides Torhüter. Die wünschen sich natürlich auch ein tolles Spiel. Und nun hier die Aufstellung vom VfL Bochum. Die spielen mit Lute im Tor. Freier, Maltritz, Fabian, Bastian, Siongwirt, Latza, Tassaka, wo wir stehen blieben, Tassaka, Tifat, Kui Long und Sukuta Pasu. Und nun sehen wir die Aufstellung von Greuther Fürth. Die spielen mit Hesel, Brosinski, Kraus, Mavrei, Gieselmann, Skor, Spraff, Wallenrad, Stieber, Acemi und Mudristok oder sowas. Ja, das Spiel kann beginnen. Reuther Fürth darf anstoßen. Spielen von rechts nach links in den grünen, weißen Trikots. Und der passt zurück zu Brosinski. Der läuft erstmal so ein bisschen wilder Dribbeln, spielt jetzt auf Spraff. Rotter Fürth tut sich schwer irgendwie da durchzukommen und eine Chance wirklich zu finden. Und da war ein Foul von Jungwirth. Es wird allerdings auch Vorteile entschieden. Und nun Rotter Fürth vorm Tor. Sie sind ja heute eigentlich der Favorit. Die Bochumher in der letzten Saison 15. Rotter Fürth ist ja an Hamburg in der Relegation gescheitert. Und deswegen finde ich auch, ist das ein würdiges Spiel, um das mal so als erstes Prognosenvideo zu zeigen. Natürlich nächste Woche kommt dann auch, jetzt erzähle ich mal kurz ein bisschen über das, was ich hier mache. Also nächste Woche kommt dann, nee, ist nächste Woche schon im DFB-Pokal? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls werden auch Prognosenvideos vom DFB-Pokal kommen. Insofern, na gut, es geht eigentlich nur, wenn Bundesligas gegen ein zweitligas Spielfall, Drittliga und Regionalliga und sowas. Alles, das gibt es ja gar nicht bei FIFA 14. Natürlich werde ich dann auch für den Saisonstart der Bundesliga ein paar Prognosenvideos machen. Und ja, so will ich die Zeit eben überbrücken bis FIFA 15 kommen. Also jetzt aber wieder hier zum Spiel. Hier haben wir Stieber jetzt am Ball. Jetzt Spraff wieder. Acemi, aber Tifat konnte ihn sich zurückerobern. Und jetzt Quilong. Oder Spilong, oder wie auch immer. Danny Latzer. Tifat. Und der lässt sich ganz leicht den Ball abnehmen. Und jetzt Acemi. Der spielt jetzt auf Stieber. Der hat den Ball. Und jetzt, da ist noch eine Lücke. Da kann er doch durchspielen. Genau. Und jetzt Acemi mit dem 1-0 für Gräuter führt nach 14 Minuten. Schönes Tor. Auf jeden Fall gut gespielt. Und ja, der Favorit führt. Aber das Spiel ist natürlich noch längst nicht vorbei. Kann natürlich noch weitergehen. Bochum haben in der letzten Saison ja auch nicht so heimstattet. Ich glaube, die waren sogar die schlechteste Heimmannschaft in der ganzen zweiten Liga. Die haben, glaube ich, nur dreimal zu Hause gewonnen. Sonst haben sie nur entweder unentschieden gespielt oder verloren. Aber das kann sich natürlich in dieser Saison ändern. Jetzt vielleicht Tifat jetzt vorm Strafraum lässt sich den Ball aber viel zu leicht abnehmen. Und dass es jetzt Kraus, der mal eben über den halben Platz sprintet. Kraus hat immer noch den Ball. Lässt sich ihn aber auch wieder viel zu leicht abnehmen von Jungwirth. Und jetzt Freya, der spielt auf Danny Latza. Und der weiß nicht so recht, wo er hinspielen soll. Da ist das Saka am Ball. Tifat ist das. Und das war abseits von Sukuta Pasu, der ja eigentlich jetzt auch nicht mehr in Bochum spielt. Aber naja, das sind ja noch die alten Spieler von der letzten Saison. Von nachher ist das schon okay so. Und die Fans, sie versuchen jetzt den VfL so ein bisschen aufzumuntern, nur schreien nach VfL-Rufe ins Stadion. Aber das bringt irgendwie nicht viel. Rotterfährt wieder am Ball. Freiland jetzt. Und der weiß auch nicht so wirklich, wo er hinspielen soll. Jetzt wieder Kraus am Ball. Viel passierte noch nicht. Wir haben bisher nur ein Tor gesehen in der 14. Minute. Und sonst ist ja eigentlich auch nicht großartig viel passiert. Bastian ist jetzt am Ball. Der spielt zu Latza. Und der weiß mal wieder nicht, wo er hinspielen soll. Ja, Fifa-Logik eben. Na komm. Passt doch mal. Na gut, wir wollen nicht eigentlich parteiisch sein. Also Tatsaka jetzt am Ball. Der spielt zu Tifat. Und der bleibt ja einfach mal stehen, warum auch immer. Florian Jungwirth. Kann der jetzt irgendwie mal passen? Nein. Er verdribbelt sich. Und jetzt Mudrinski. Ja, hält den Ball auch so lange. Und da hätte doch der Freier dazwischen gehen müssen. Jetzt die nächste Chance für Rotterfährt. Nein, doch mal verhindert. Jetzt vielleicht mal die Bochumer, die bisher noch keine einzige Torchance hatten nach 30 Minuten. Das ist schon verwundernswert. So, die Spieler halten generell den Ball sehr, sehr lange. Und jetzt vielleicht mal gute Chance daneben. Nehmen wir es doch. Aber wenigstens mal ein Wecken für die Fans, dass sie ihren VfL auch mal weiter anfeuern sollen. Das braucht der Klub. So, jetzt aber Wolfgang Hesl oder Hesl mit dem Abschluss. Der spielt den Ball kurz. Jetzt war frei, der ja glaube ich auch mal im Bochum gespielt hat. Also der müsste den für einen Bestens kennen. So, jetzt Tiffat hier. Und der hält den mal auch sehr lange. Das ist guter Paso. Der spielt den mal auf Tiffat. Jetzt das 1 zu 1. Tiffat in der 37. Minute. Wie aus dem Nichts. Zweiter Torschuss. Und direkt das 1 zu 1. So, Sukuta Paso. Der irgendwie so einen komischen Pass macht. Und jetzt wieder Sukuta Paso am Ball. Der weiß nicht, wo er hinspielen soll. Aber die Bochumann, die bieten sich auch nicht wirklich an. Jetzt Mudrinski. Das kann Rotterführt vielleicht mal ein bisschen kontern. Tassaka. Auffällig ist bei den Bochumann, dass sie alle den Ball immer so lange halten, bis sie abspielen. Aber ein gutes Treppeln gerade von Tassaka. Allerdings hat er gestoppt. Und jetzt Mudrinski im Konter vielleicht mal. Vielleicht noch das 2 zu 1 vor der Halbzeit. Jetzt gibt es aber erst mal Freistoß. Kraus darf ausführen. Aber Bochum ist schon wieder im Ballbesitz. Spielong jetzt. Jung wird. Ist vielleicht mal wieder was. Der VfL. Nein. Gestoppt. Und jetzt kommt Grotterführt wieder. Mudrinski schon wieder am Ball. Und jetzt hat der Schiedsrichter zur Halbzeit gefiffen. 1 zu 1. Das Spiel ist relativ ausgeglichen. So, sagen wir mal. Das erste Viertel vom Spiel hat Grotterführt gehört. Aber dann kamen die Bochumer vor das Tor. Haben das 1 zu 1 gemacht. Von daher. Das Spiel ist eigentlich relativ ausgeglichen. Da wird auf jeden Fall bestimmt noch was passieren. Weil 1 zu 1 kann es ja schlicht bleiben. Ja, können wir mal kurz auf die Statistik gucken. Beide haben ein Tor. Schüsse 2 zu 2. Also alles sehr ausgeglichen. Schüsse aufs Tor. Auch bei der 1. Ballbesitz haben die Bochumer. 5% mehr. 55% zu 45%. Zweikämpfe 7 zu 7. Fouls 1 zu 0. Gelbe Karte 0 zu 0. Rote Karte 0 zu 0. Verletzung 0 zu 1. Abseits 1 zu 0. Und Ecken 0 zu 0. Also, wie gesagt, relativ ausgeglichen. Das Ganze. Das wird sich bestimmt in der zweiten Hauptzeit noch ändern. Also setzen wir das Ganze nochmal fort. Jetzt Bohren mit dem Anschluss. Sukuta Pasu. Den Ball, der später Florian Tiff hat. Der zurück zu Jung wird. Sukuta Pasu jetzt wieder am Ball. Kann er drübbeln? Nein, kann er nicht. Wodrinski jetzt wieder. Der spielt auf Acemi. Den hat man auch. Der ist auch abgetaucht jetzt im Laufe der ersten Halbzeit. Jetzt aber vielleicht mal was. Sukarno immer noch am Ball. Jetzt aber mal Tritts. Eine ballführende. Florian Jung wird jetzt auf Ziffert. Der auf Flankenwahl auch eine Variante, aber die kam nicht an. Und jetzt Kraus wieder am Ball. Sprach ist das. Der weiß auch nicht so recht, wo er hinspielen soll. Jung wird attackiert ihn ja ganz schön. Der will den Ball haben, auf jeden Fall. Aber Gott, er führt. Bleibt Vater im Ballbesitz. Obwohl jetzt Florian Jung wird im Ballbesitz. Und der muss jetzt abspielen. Das tut er auch auf Florian Tifat. Nicht Florian irgendwas. Und jetzt vielleicht mal eine gute Chance. Frei vom Tor. Danny Latza. Aber daraus wird nichts. Ecke. Oder vor. Es wird da nichts raus. Eckball gibt es jetzt. Ja, sehen wir nochmal die Wiederholung. Schöne Flanke auf jeden Fall. Wie gesagt, eine gute Idee, auch mal so ein bisschen Kick and Rush zu spielen. Und jetzt gibt es einen Wechsel auf Seiten von VfL Bochum. Wie es aussieht, wird Florian Jung wird den Platz verlassen. Der auch. Und zu Kuta Paso verlässt er auch den Platz. Und Grotter Fürth wechselt auch. Da konnte ich die Namen jetzt alle gar nicht sagen. Drei Wechsel auf einmal ist schon für so einen Kommentator viel zu viel eigentlich. Und normal kriegen die ja dann auch schon vorher Informationen, wer da eingewechselt wird. Und jetzt haben wir Tassaka. Der flankt. Buchen jetzt auch zu Beginn der zweiten Halbzeit das spielbestimmte Team. Zahirovic. Bastian es jetzt. Tassaka. Ja, habe ich ganz vergessen zu sagen. Schreibt doch mal euren Tipp für die reale Begegnung in die Kommentare. Wird mich mal interessieren. Morgen. Morgen kommt dann wahrscheinlich auch ein... Ne, war das morgen? Ich meine, übermorgen. Genau, am Montag wollte ich dann wieder ein Video machen, wenn Düsseldorf gegen Kaiserslautern war, das, glaube ich, spielt. Ja, kommt dann jedenfalls auch wieder so ein Video. Aber jetzt erstmal hier wieder zurück zum Spiel, denn die Latzer jetzt wieder am Ball. Und das war eine gute Idee, aber der lässt sich den Ball abnehmen und jetzt Beiland am Ball grottert. Den führt dann, den fällt im Moment nicht mehr so viel ein. Und der VfL jetzt besser. Gieselmann haben wir hier, der spielt den Ball auf Schleber. Und jetzt passiert immer noch nicht so viel, aber jetzt geht erst mal das Telefon. Das geht ja immer besser hier. Okay, und jetzt ist er aufgehört. Und jetzt haben wir hier Beiland, der erobert sich den Ball zurück. Beiland am Ball und jetzt spraff. Börter kommen jetzt vielleicht mal wieder vor das Tor und können mal wieder einen Torschuss machen, mal gucken. Hier Beiland jedenfalls wieder. Der fällt jetzt auf in der zweiten Halbzeit. So schon auf dem Ball und jetzt Schwelong wieder im Ballbesitz. Jetzt ist Ilse auf Zahirovic, der auf Tassaka. Und der lässt sich den Ball abnehmen, aber kriegt den Einwurf. Auf Zahirovic und daraus wurde nichts. Stieber wieder am Ball. Stieber, der läuft über den halben Platz. Jetzt spielt er auf Phil Krug. Hier wieder Phil Krug jetzt am Ball, aber Latzer nimmt ihm den Ball ab. Aber jetzt wieder Phil Krug am Ball. Das geht ja hin und her in diesem Spiel. Mudrinski jetzt. Ah, was labere ich da? Maltritz am Ball, nicht Mudrinski. So, jetzt Freier. Der spielt den Ball auf Tiffat. Der auf Latzer. Jetzt Zahirovic am Ball. Bastians. Der versucht es mal über Außen. Läuft aber mit dem Ball ins Aus. Das kann auch mal am Zweitliga-Profi passieren. Na gut, aber Masno-B-Tuell. So dumm sind die realen Spieler dann doch nicht. So, Weiland geht schon wieder am Ball. Der spielt auf Fürstner. Acht Minuten noch regulär plus, sagen wir mal, zwei Minuten Nachspielzeit. Ein, zwei Minuten. Scham hier oben drauf. Und jetzt... Mavray am Ball. Der spielt den Ball auf Kraus. Und der weiß auch nicht, wo mit dem Ball... Und jetzt Fürstner. Wo kann der hinspielen? Der weiß auch nicht, wo er hinspielen soll. Jetzt auf Brodinski oder sowas. Der auf Mudrinski. Oder Mudrinski. Mann. Kann man alle gar nicht so schnell lesen, die Namen. Zuccarlo jetzt... Aber letzter Finkelball wieder ab. Das kann der Mann wirklich gut. Sich Bälle zurückerobern. Zahirovic jetzt am Ball. Der weiß auch wieder nicht, wo er hinspielen soll. Jetzt Zuccarlo wieder. Jetzt müsste Grotter Fürth Konter an die Burma spielen. Stehen nämlich sehr hoch. Und jetzt Marcel Maltrez. Auf Spiel long. Eine Minute gibt es nach Spielzeit. Und dann hätten wir es für heute geschafft. Fürstner jetzt kommt irgendein Team nochmal zu einer Torchance. Nein. Der Schiedsrichter hat dreimal in die Pfeife geblasen. Das heißt, das Spiel ist aus. VfL Bochum gegen Grotte führt. Endet 1 zu 1. Mal gucken, wie es dann in der Realität ausgeht. Ich bin ja wirklich mal gespannt. Hier sehen wir nochmal einen Schlussversuch. Jetzt sehen wir, glaube ich, das Tor von Acemi. In der 14. Minute. Und hier sehen wir eine gute Chance von Tifat. Oder? Ne, jetzt sehen wir das Tor. Von Tifat. In der 37. Minute. Und in der 2. Halbzeit ist ja dann nichts weiter passiert. Ja, wir können ja hier nochmal auf die Statistik einen Blick werfen. Tore 1 zu 1. Schüsse 3 zu 2 für Bochum. Schüsse auf Soar. Aber 1 zu 1. 52 Prozent. 52 Prozent Ballbesitz für Bochum. 48 für Grotte führt. Zweikämpfe 17 zu 13. Fouls 1 zu 0. Gelbe Karten 0 zu 0. Rote Karten 0 zu 0. Verletzungen 0 zu 1. Abseits 1 zu 0. Ecken 1 zu 0. So. Also, wie gesagt, sehr ausgeglichen. Das Ganze, obwohl Bochum eigentlich in der 2. Halbzeit die besseren Chancen hatte. Zumindest zu Beginn der 2. Halbzeit. Zum Ende der 2. Halbzeit hatten sie dann auch mehr so die großen Chancen. Also würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ja, und ich würde sagen, am Montag geht es dann weiter. Ich denke, ich glaube, das spielt Düsseldorf. Das werde ich auf jeden Fall nochmal kommentieren. Ja, und ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, lass doch mal ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Kommentiere. Mir egal. Jedenfalls sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss. So, das war also die erste Folge von FIFA 14 Prognosen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Na gut, ich weiß, ich war noch nicht so richtig sicher im Kommentaren. Ich hoffe, das ändert sich jetzt aber. Und ich denke mal, es wird sich auch ändern im Laufe der Zeit. Jetzt, wie gesagt, am Montag. Dann Kasselslautern gegen 1860 München. Ich habe mich nämlich immer im Video vertan. Da habe ich irgendwie immer was von Düsseldorf gesagt. Aber ich habe jetzt nachgeguckt. Das ist Kasselslautern gegen 1860 München. Ja, dann ist ja, glaube ich, schon DFB-Pokal, oder? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kommen dann auch immer noch, bis FIFA 15 kommt, einige Videos. Und bis die Ferien vorbei sind. Ja, ich danke mich für das Zuschauen. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja dann am Montag wieder. Also, bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.